Hallo und herzlich willkommen bei Nerdfallmedizin. Ganz besonderes Hallo und Willkommen an alle, die zum ersten Mal per WhatsApp dabei sind. Ein neues Service, das wir jetzt versuchen zu etablieren und wo wir total geflasht sind, wie viele Leute da mit dabei sein wollen. Deshalb hat es auch ein bisschen gedauert. Sorry für die Verzögerungen, aber wir haben so viele hundert Nachrichten bekommen, dass das ein bisschen Zeit dauert, die alle durchzuarbeiten. Für die, die nur bei WhatsApp dabei sind, es gibt noch unsere Website. Das sind die Videos verlinkt vom YouTube-Kanal. Also YouTube gibt es auch noch. Dort natürlich in höherer Qualität. Überall kann man diskutieren und seine Meinung dazu sagen oder uns Feedback schicken. Und es gibt natürlich noch unsere Facebook-Seite, Nerdfallmedizin, wo nicht nur die Videos einmal pro Woche rauskommen, sondern beinahe täglich irgendwelche neuen coolen Artikel, irgendwelche Studien, Diskussionen aus der Notfallmedizinszene, sowohl präklinisch, also auf der Straße, als auch in den Notaufnahmen. So ein bisschen Intensivmedizin springt manchmal auch ein bisschen rein. So, worum soll es heute gehen? Auf viel, viel, vielfachen Wunsch und irgendwie kommt es, seit wir mit unserem ersten Video begonnen haben, kam die Bitte, dass wir was zum Thema EKG machen. Und jetzt ist es soweit. Wir machen jetzt eine längere Reihe zu EKGs. Und heute geht es mal so ein bisschen in die Grundlagen. Also für die, die sich schon richtig gut mit EKG auskennen, die können zwar mal drüber schauen, aber wahrscheinlich wisst ihr das alles schon. Die, die noch ganz am Anfang stehen, ob jetzt im Rettungsdienst oder im Studium oder in der Ausbildung, da soll genau dieses Video helfen. Und in Zukunft dann gibt es bis zu den ganz abgefahrenen Sachen Gespräche wieder mit Philipp und mir, mit Experten, absoluten EKG-Nerds und vieles mehr. Aber fangen wir doch einfach mal an. Das EKG. Was soll uns das EKG zeigen? Das EKG zeigt die elektrischen Erregungen von Herzmuskelzellen. Und zwar die Erregung, wie sie durch das Herz läuft, wird abgebildet in verschiedenen Kurven. Im Endeffekt beginnt die Herzerregung beim sogenannten Sinusknoten, geht über den AV-Knoten und dann über verschiedene Fasern nach dem AV-Knoten in die Kammer, führt zur Kammererregung, über das Hisbündel, die Tavara-Schenkel und die Burkinje-Fasern. Und wenn man sich dann das EKG noch mal genauer anschaut, sieht man diese Komplexe. Ich habe sicher schon mal den Begriff QRS-Komplex gehört. Was bedeutet das? Das sind einfach quasi alphabetische Nummerierungen der verschiedenen Zacken, die man da sieht. Ganz am Anfang die P-Welle entspricht der Erregung im Sinusknoten, also der Anfang der Erregung. Der QRS-Komplex, das Breite, Hohe oder Tiefe, je nachdem wo man sieht, ist die Kammererregung, also die Aktion, die auch den Auswurf hoffentlich bedingt. Und am Ende gibt es dann auch die sogenannte T-Welle, das ist die Repolarisierung der Zellen, also die Zellen machen sich bereit für die nächste elektrische Erregung. Deshalb heißt es auch die Erregungsrückbildungsstörung, wenn im Bereich der T-Welle ein Problem ist. So, also weiter. Wie schreibt man überhaupt das EKG? Also es gibt zwei große Kategorien. Die Kategorie 1 ist das Monitoring-EKG, das wir so kennen zur Überwachung von Patienten oder wo man häufig noch eine schnelle Rhythmusdiagnostik machen kann, wo man vier Elektroden platziert und insgesamt sechs Ableitungen bekommt. Zu den Ableitungen und so weiter kommt nochmal ein extra Video, aber es sind diese vier Elektroden. Für die, die ganz am Anfang sind, wie merkt man sich das? Ich fand das immer ganz schwierig, als ich in meiner Rettungsdienstkarriere begonnen habe, wo klebt man welches EKG-Kabel hin, also welche Farbe kommt wohin. Und da habe ich mir ganz simpel gemerkt, rechts oben, also rechte obere Extremität oder rechte Schulter ist rot. Und dann geht es wie die Ampel weiter, rot, gelb, grün und rechts unten schwarz. So kann man es sich merken, rechts immer aus Sicht des Patienten, also Patienten rechts. Okay, aber manchmal wollen wir ein bisschen mehr wissen. Manchmal wollen wir zum Beispiel einen Herzinfarkt ein- oder ausschließen, irgendwelche Ischemiezeichen, also Zeichen der Minderdurchblutung des Herzmuskels, oder auch bei komplexeren Rhythmusstörungen macht es Sinn, ein sogenanntes 12-Kanal-EKG zu schreiben, also die Brustwandableitungen. Brustwandableitungen sind diese Ableitungen V1 bis V6. Und wo klebt man die oder wo leitet man diese ab? Das sind V1 und V2 ist parastanal, also parallel zum Sternum, ungefähr zwei Querfinger links und rechts, im vierten Interkostalraum, also im vierten Zwischenrippenraum, den man dann von oben runterzählen kann. Der vierte Interkostalraum, links und rechts. V4 ist in der mittleren Klavikularlinie, jetzt verspreche ich mich schon mal. Das heißt, man nimmt die Klavikula da oben, teilt die virtuell in die Hälfte und geht runter und dann einen Zwischenrippenraum weiter unten, also vom vierten, gehen wir eins weiter runter in den fünften Zwischenrippenraum. Alle werden jetzt gedacht haben, hör, da hat er doch das V3 vergessen. V3 ist genau zwischen V2 und V4, also wird dazwischen positioniert. Also zuerst 1, 2, dann 4 und dann 3 dazwischen. V5 und V6 gehen weiter im fünften Interkostalraum nach hinten und da wird die vordere und die mittlere Axillarlinie gewählt. Also die Axilla, die Achsel, hat ja mehrere Punkte, quasi den Anfang, das Ende und so die Mitte der Achsel und da wird die vordere und die mittlere Axillarlinie gewählt. So, und jetzt noch eins drauf. In manchen Fällen reicht das nicht aus. In manchen Fällen, wir blicken ja durch die Ableitungen nur so von vorne, so die ungefähr ein Viertel und von oben und unten, also in den Extremitäten, Ableitungen aufs Herz. Was ist, wenn der Herzinfarkt ganz auf der rechten Seite ist, nur auf der rechten Seite und wir da nicht sehen, weil wir dort keine Ableitungen machen? Oder was ist, wenn es ein ganz fieser Hinterwandinfarkt ist, der so weit hinten ist, dass wir vielleicht nur ein paar ST-Senkungen sehen? Dann macht es häufig Sinn, speziell bei Verdacht auf einen Infarkt und ganz typischer Symptomatik, ein EKG weiterzuschreiben und zwar in zwei Richtungen, in die rechte Richtung und nach hinten weiter. Was heißt das? Nach rechts heißt, wir kleben das gleiche, was wir auf der Vorderseite geklebt haben, auf die rechte Seite. Zumindestens V3 und V4. Das heißt, V1 und V2 sind ja schon in der Mitte, sind ja beide Seiten vom Sternum, aber V3 und V4 kleben wir auf die rechte Seite rüber, genau spiegelbildlich. Und dann werden die zwei Kabel von V3 und V4 auf der linken Seite, die ganz normalen, auf die rechte Seite geklebt. Man druckt das nochmal aus und muss das unbedingt markieren. Es gibt, glaube ich, ein oder zwei Defis, wo man das schon einstellen kann, aber speziell bei den fast anderen, wenn man es ausdruckt, muss man es am Papier markieren, sonst ist man ganz verwirrt, warum das eine anders ausschaut als das andere. Und dann gibt es noch V7 bis 9. Das ist jetzt relativ logisch, was da passiert. Das heißt, V1 bis V6 schreiben wir ja bis zur mittleren Axilarlinie und V7 bis 9 geht dann nach hinten weiter. 7 ist dann die hintere Axilarlinie und 8 und 9 dann quasi unterm Schulterblatt entlang im 5. Interkostalraum. Da kann man manchmal einen sogenannten Hinterwandinfarkt sehen. So, also, das war jetzt der erste Punkt. Wir wissen jetzt, wie ein EKG grob aufgebaut ist. Wir haben quasi die P-Welle als Anfang der Erregung. Wir haben den QRS-Komplex als Komplex, der die Kammererregung darstellt. Und wir haben die T-Welle, die dann die Erregungsrückbildung darstellt. Wir wissen jetzt auch, wie man das EKG schreibt. Es gibt die ganz normalen Extremitäten-Ableitungen mit den vier Kabeln rechts oben rot, gelb, grün und schwarz. Und dann gibt es die Brustwand-Ableitungen V1 bis V6. Und in manchen Fällen oder gar nicht so selten sehen wir das gerade in der Notaufnahme, dass es sich lohnt, auch die Ableitungen V7 bis 9, also nach hinten, und zumindest V3 und V4 nach rechts weiterzuschreiben. Und zum Abschluss noch ein Geheimtipp. Und das ist was, was mir wirklich schon oft den Hintergrund gerettet hat. Ihr kennt das doch, oder? Ihr schreibt ein EKG und schaut dann am Monitor und irgendwie steht dann Frequenz 170. Und ihr denkt euch, das passt doch überhaupt nicht. Und komischerweise misst das Pulsoxy ganz eine andere Pulsfrequenz. Oder es steht Frequenz 0 und ihr seht aber die QRS-Komplexe. Und ihr denkt euch, ach Mist, wie weiß ich jetzt, wie schnell die Herzfrequenz wirklich ist. Denn unsere Monitore und EKGs und Defibrillatoren haben meistens eine sehr, sehr gute QRS-Erkennung und können sehr gut den Herzrhythmus des Patienten ausrechnen. Aber eben nicht immer. Es gibt Artefakte. Manchmal sind die P-Wellen oder die T-Wellen besonders hoch oder anders konfiguriert, sodass er glaubt, es könnte auch noch ein QRS-Komplex sein und berechnet dann die doppelt so hohe oder ganz niedrige Frequenzen. Und dazu gibt es natürlich haufenweise Formeln. 600 durch so und so viel und durch die Anzahl der Kästchen und Zählen und so. Aber wie ihr mich wahrscheinlich mittlerweile schon kennt, brauche ich ganz, ganz einfache Sachen, die um vier in der Früh funktionieren. Weil sonst bin ich verwirrt und das passiert viel zu häufig. Deshalb brauche ich einfache Konzepte. Und dafür müsst ihr gar nichts rechnen, sondern müsst euch nur ein paar Zahlen merken. Und wenn euch die ein paar Mal vorsagt, dann merkt ihr euch die. Die Zahlen sind 300, 150, 100, 75, 60 und 50. So, blende ich alles ein. Alles gut, keine Sorge, das merkt man sich gut. Wie geht es also damit, die Frequenz auszuzählen? Ihr nehmt einen QRS-Komplex und zählt von dort die Anzahl der großen Kästchen bis zum nächsten QRS-Komplex. Und pro großes Kästchen geht die eine Zahl nach unten. Also QRS 1 und zack, gleich der nächste QRS beim nächsten Kästchen 300. 300, 300er Frequenz. Es sind zwei Kästchen dazwischen, 150, also 300, 150, 175 und so weiter nach unten. Das ist relativ gut. Das funktioniert bei mittelschnellen Patienten irgendwo zwischen 200 und 50 sehr, sehr gut. Bei ganz, ganz schnellen Herzfrequenzen kann man sich so ein bisschen verschätzen und bei ganz, ganz langsamen wird es auch schwieriger. Aber für Notfall ist das eine sehr gute Methode, grob die Frequenz des Patienten einzuschätzen. Dann nochmal Danke an Kostja Steiner, den wir, glaube ich, schon zigmal erwähnt haben, weil er einfach so ein cooler Typ ist und mir das damals vor, ich weiß nicht, fast zehn Jahren in Graz mal beigebracht hat. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen. Ich hoffe, es gefällt euch. Diejenigen, die auf WhatsApp sind, sagt uns, wie das funktioniert mit den Videos, mit der Qualität. Klappt das für euch oder sollen wir da irgendwas ändern? Die von euch, die auf Facebook und auf der Webseite oder sonst wie dabei sind, ihr könnt auch per WhatsApp die Videos haben und umgekehrt. Wie immer gilt, teilen und liken, auf YouTube teilen, den Kanal abonnieren und beim nächsten Mal wieder dabei sein. Bis zum nächsten Mal.